so ein wunderschönen guten morgen hier will er da und willkommen zur bar bei uns vor ich habe extrem lange geschlafen was es braucht stunden oder acht und ein stunden bin jetzt das wach geworden und da ich so gegen mördek was für eine gewisse zeit weg bin werde ich jetzt nur zwei drei stunden ganz schnell mal aufträge machen und nachher so gegen abend werde ich dann länger spielen mal zusammen okay ja spätestens morgen werde ich dann andere klassen spielen was habe ich da für aufträge ausgewählt babylonische stadische mütze außer ja ich weiß nicht ob ich das schaffe naja fehler könnte ich glaube hier auch noch mitnehmen habe ich einen booster reingauen ne ok mache das schnell und ich werde das jetzt direkt machen bevor ich eine quest starte habe ich noch zweimal oder ist es das power plant verstärken ich werde das jetzt nicht mehr so gut 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 Ich werde das jetzt wirklich so machen 4 mal Pistolen 3 Treffer oh mein Gott 3 4 5 5 5 6 8 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 15 Das war's. Mach ich mal, ja. Ich meine, ich hab genug Zeug zum Verbessern, zum Verstärken. Ich hab dann nachher bestimmt noch andere Waffen oder so zur Verstärkung. Für die wöchentliche Aufgabe. Was dann so gegen 18 Uhr erst Zeug produziert wird. Ja, und mit meinem ganzen Wächtersegenader kann ich mir da auf jeden Fall ein paar Kettiche eintauschen. Oh, Moment mal, da fehlen mir dann, ähm, Sachen von der Rush-Gigal. Das kann ich ja nicht weiter aufrüsten. Na ja, gut. So, wir wollen mit dem Stil Oesophagier. Die will ich zuerst machen. Ich glaub, da, oder? Nee, Frostzucker, okay, okay. War die im vulkanischen Kreuzganger-Gebiet unterwegs. Ah, das sind sogar beide Erlassmus der Ohrensammlung und Stil Oesophagier immer manchmal. Die hatte ich doch schon einmal ganz am Anfang. Die war, glaub ich, einer der ersten richtigen Gegner, die ich hatte. Ja, das sind genau die beiden, die ich als Auftritt habe. Okay, dann vulkanisches Gebiet. Hm, ist alles serious, okay. Wenn man sehen, ob die da irgendwie brennen. Ja, das ist alles, okay. also nicht besser. Die ließe, Cancer. Ja. Let's be on our way! Hm, bin ich gespannt wie das jetzt wird mit nur Pistolen X2 X3 X4 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 X5 Okay, lol Ja, das macht schon eine andere Schöne Ja, das macht schon eine andere Schöne Wie viel kommt denn dann noch, ey? Ja, das macht schon eine andere Schöne am stärksten das wollte ich jetzt nicht meine güte spinnen so einfach geht das und weg die 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 Leaky Master, nicht even Weed will dare to return you. Oh. Was? Hey, das mit den Pistolen war schon irgendwie komisch Okay Ist da schon das Ende? Hey, das waren jetzt nur zwei Gemütteln, ey. Wäre schon ein bisschen kurz Ich bin wieder herangekommen, ey Das macht auch eine Scharne, ey Oh mein Gott, ey Oh, komm Ihr dreckigen Spinnen Ich bin wieder hergeist Bam Lass mich an Wenn das mit dir Ich bin wieder mein Ich bin wieder Das sind eindeutig zu viele Ach komm Ich hasse die Dinger, ey, Wahnsinn Kannst du nicht mehr richtig treffen, ey War noch perfekte Abschlusszeit, wow Über 2 Minuten, ey Das habe ich jetzt nur für die LP Regeneration gemacht, ey Oh mein Gott, ey Panzer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ey Wo hat sie ihn denn weggeschreitert, da ist nichts mehr, schade Oh Nope, gar nichts mehr Oh mein Gott Jetzt hast du schon, ich würd's nicht treffen, ey Wahnsinn Oh, Redemo Da bin ich jetzt aber gespannt, was ich für ein Damage mache Ja, es scheint, äh, es scheint Oredemo zu sein Hm Da bekomme ich wenigstens Fehler So Und Ich громfe Ja In Die Der Börl auch nett, oder? Hast der Entfernung? Oder? Der Börl auch macht den Mund. Der Wörter ist im Moment ein Ende. ok oder was war das jetzt es dauert eigentlich zu lange ich bekomme irgendwie kein geist davon zurück das ist natürlich schlecht es war mehr verteufer Na, wie sieht denn hier? Oh, den Helm, naja. Brandstifter. Na, war das nicht die Waffe, die ich einfach gerne benutzt habe in der Demo bis hin? Was hat die mir mein Stärkste sein? Oh, den Helm, naja. Na ja, vielleicht gibt es eine bessere Quest, wo die schneller geht. Faszinierend habe ich ja auch schön. Ah, heute ist der zwölfte. Ja, genau. 37 geht noch anders. Was? Das ist so hoch. Das ist das geiles Symphon. Kann mir jetzt nichts wirklich vor. Nee, keine Ahnung. Das ist so hoch. Das ist so hoch. Ja, oder? Das ist halt schneller. Oh, da ist es halt verdammt langsam. Genau, was ich mir dabei gedacht habe. Ach. Ja. 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 Vielen Dank. ... Aha, interessant! Naja, es ist ja nix besser aus der... Bist du denn, deshalb sterb ich. Oh, nee, das fährt noch ein Schritt. Oh, nee, das fährt noch ein Schritt. Das habe ich favorisiert, okay. Oh, das habe ich auch schon auf Marx gemacht, okay. Wo habe ich die denn ganz oben, oder? Oh. 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 Für wie viele Sekunden? Für 8 Sekunden, ah ja. Und da würde ich dann... Ah ok, das wäre noch krasser und es würde noch lange dauern, aber dafür müsste ich zwei Gegner töten. Naja, keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir da jetzt ein bisschen was von MP. Ich hätte auch schon mal mehr mussten. Naja, ähm... Da können wir schon kurz gehen. Da, da... Da, da... Da, 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 da... Ben, da, 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 da... Da, 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 da... Oh lol What is this? What is this? Or it went in this direction and then back? Why couldn't I do that now? What is this? 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 Pistole Mit der Pistole What is this? What is this? What is this? What is this? You're like an unstoppable flame master A little nerfiger But that's fine What is this? What time do I kill her? Ah, der John ist so. Da müsste doch irgendwas kommen, oder? Nicht. Keine Trühe oder so? Ah, das sieht nicht so aus. Na gut, dann geh ich weiter. Da ist aber wieder was. Was ist das? 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 Da drin auch nicht, oder was? Was ist das? 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 Ja, unterbrüch' mich da Sternegger. Was ist das? Was ist das? Ja, da hab ich schon wieder zu lange gebaut. Was ist das? 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 Und daran erräumt mich das. Oh man, das sind zu viele. Ich kann nichts anderes. Wobei das sind eigentlich nur zwei. Der hat überlegt, warum Frichert. Oh nö, die Scheiße. Ganz einfach runter. Hat nicht ausgeheizt. Frichert. Das hat nicht getroffen. Dafür habe ich auch schon mal länger gebraucht. Das hat schon was. Mit den vier Pistonen. Für aufgeladene Spektralangriffe. Okay. Da benutzen sie nur den einen. Ja, logisch. Ja. Warum wurden die nichts gelähmt? Ne, verlangsamt man nicht. Das ist schon wieder. Hier. Oh mein Gott. Ich brauche echt andere Quests. Die gehen alle so lang. Das könnte so lang sein. Mit so viel gehen. Ja. Das ist verdästig. Ja. Hallo? So. Das ist gebornt. Wir sind mit dem Paar gebornt. Der Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ja zieht das nicht der softgöllerangriff so ein perfekter schuss muss ich mal auszusten was ich hab mich auch hier 2 3 4 4 3 4 4 oder Das war's für heute. Okay, das ist ja komisch Was bekomm ich dafür alles? 15.580 Euro Ja, verkauf mal alles Bis auf das eine schwirr Oh, oh, mein Controller So, also irgendwie wollen die einfach nicht kommen, oder? Bogentötung, ne? Die wollen einfach nicht kommen, die Dinger Wobei, ja nicht, hab ich nur zwei Quests gemacht, aber auch gut Also irgendwie ist es auch nicht so richtig Okay 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 Ich versuch's damit mal Jetzt geh ich mal zu den Varsameen Okay 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 I'm sure you'll succeed as always, monster Okay Das zieht echt nicht Wo zur Hölle ziehe ich da hin, ey? Mit der Pistole. Sie sind sehr powerbund, äh, unfählich. Jum! What the fuck is this shit? Oh mein Gott. Ah, nee, jetzt wird leider zu langsam mal wirklich. Oh mein Gott. 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 Das war's. Das war's. Und natürlich hat er so nicht gedruckt. Das war's. 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 Aber das zählt nicht als aufgeladen Angriff. Das war's. I didn't miss this. I didn't miss this. I didn't miss this had to be done. Brandschatze Das hat jetzt nicht wirklich viel mehr gegeben, wollen wir nur noch radikieren Oh man Hm So Warum kann da nix kommen Ich werd mit meinen Aufdrehen einfach nicht weitergebracht, da nix kommt Der 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 Okay. habe ich das jetzt alles angenommen 18 Minuten, wow jetzt sollte er endlich mal was aufsuchen kann doch nicht sein ok, ich werde abnebelig draußen ich fühle mich ziemlich entschuldigt funktioniert schon eher das ist da die mir überlebt war so ja, ging schon ein bisschen schneller so merke ich schon, dass ich da jetzt merkwürdig mache oh wow ich habe mich getroffen oh, da ist eine Truhe, oder? oh 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 you've burned the enemy out completely monster not even wheat would dare to return Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt was da. Okay. Ah, da bin ich jetzt. Das ist direkt am Anfang der Questro, gell? Ja, hatte ich jetzt gerade nichts mehr im Kopf, aber gut. Bis ich die letzte Questro gemacht habe. Und da haben wir da den richtigen Gegner. Oh mein Gott, ey. Hä, wo ist denn der letzte? Ah, da. Nope. Er kann er drüben. Oh, das ist wirklich okay. Oh. Alright. Das war's. Hey, das hat sich aber letztes Mal schneller geschafft. Ich weiß nicht, ich stand nicht zu nah dran oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, dass die Gäste dich anfassen. Ich werde dich bringen. Bist du mit Anticipation, Meister? Ach du Scheiße 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 Ach du Scheiße